Ich bin ganz froh, dass ich jetzt gestandene Mannschaftsbilder bei mir habe, die das nämlich wirklich können, und zwar die Schuhplattlergruppe Neudau. Kommt zu mir, meine Herren. Vielen Dank, Thomas. Dankeschön. Ich bin gespannt. Da sind's, alle da. Willkommen, schön, dass ihr hier seid. Und bei mir jetzt der Jürgen Wind. Lieber Jürgen, wenn man an Schuhplatteln denkt, dann würde man nicht auf dem ersten Anheb jetzt an Akrobatik oder an wilde Darbietungen denken. Bei euch ist es aber so. Ihr seid dafür bekannt. Ja, es ist an und für sich das Schuhplatteln ja ein Brautwerbetanz. Und da hat man versucht, eben mit Schlagfolgen auf die Lederhosen und auf die Schuhe davon sich irgendwie ein bisschen zu überzeugen und in den Mittelpunkt zu stehen. Und das war eigentlich der eigentliche Gedanke. Und jetzt ist es eigentlich Volkskultur und das haut eigentlich recht gut hin, muss ich sagen. Und wo kommt ihr genau? Also wir sind aus Neudau, Neudauer Schuhplattlergruppe, eh klar. Wir sind in der Nähe von Hartberg ist das. Und wir proben im Schloss Neudau. Wir sind 18 Burschen. Hast man aber nicht alle mitgebracht? Nein, wir sind nicht alle da, weil wir haben keinen Platz, leider, auf der kleinen Bühne. Und wir brauchen natürlich Nachwuchs. Wir haben viel abzudecken. Es ist jetzt wirklich die richtige Renner, die Schuhplattlergruppe. Und jetzt schauen wir mal, dass wir noch welche dazukriegen. Und ihr seid viel unterwegs, gell? Ja, wir haben sehr gute Referenzen. Wir waren schon zweimal in Amerika, Kunstfest Weimar, Bank Lichtenstein und auch für das Bundesministerium. Und wichtig ist uns auch, solche Feste wie hier abzudecken. Das Aufstehren ist wirklich eine ganz tolle Sache und da sind wir gern dabei. Um die Tradition auch am Leben zu erhalten. Gut, jetzt spannst du uns dann auf die Folge. Zeigst mal, was könntest, oder? Ja, wir werden jetzt einmal die Bühne testen, ob sie Schuhplattler-tauglich ist. Und der Plattler, den ihr sehen werdet, das ist der Aspinak-Plattler oder auf der Autobahn. Auf geht's! Bühne frei. Ich ergreife die Flucht. Jawohl. Bühne frei. Musik 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 Da geht es ganz schön zur Sache. Vielen Dank, meine Herren. Ja, hier am Stand von Karin Kral-Wichmann wird eine sehr schöne Tradition gepflegt. Ja, hier am Stand von Karin. 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 Ja, Rat von Karin. Waiting. Ja, hier am Stand von Karin. Ja, hier am Stand von Karin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020